Zunächst mit Schwäche ist der DAX in den Tag gekommen, hat sich aber ein bisschen wieder gefangen. Also nicht ganz so schlimm mehr, immer noch ein bisschen mit dem Gap nach unten, aber trotz alledem nicht mehr ganz so tragisch. Wie sieht die Situation dort aus und vor allen Dingen, wie sieht es in Amerika aus? Denn das ist ein wesentlicher Punkt, wenn der amerikanische Markt hustet, dann ist es für den DAX natürlich grundsätzlich auch nicht so wirklich gut. Im Moment geht es ja mehr oder weniger zur Seite, also gar nicht so schlimme Voraussetzungen könnte man denken. Beim DAX finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, nach wie vor. Das ist der DAX-Index. Ihr denkt daran, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung und diese Aufwärtsbewegung hatte hier eine Pause, hatte da eine Pause. Dann etwas, wo ich sage, das könnte durchaus etwas wie ein Ending-Diagonal sein, also dieses Auslaufen der Bewegung. Ich fände es sehr schön, wenn es jetzt so aussehen würde. Ich weiß, viele finden das total doof, wenn er hier nochmal runterkommt, aber das wäre gar kein Makel unbedingt, denn ein Rücksetzer, ein klassischer Rücksetzer in diese Bereiche hier, wäre ja sowieso etwas, was wir als eine normale Korrektur interpretieren als Marktbewegung. Und jawohl, er hat interpretieren gesagt, wir wissen es natürlich nicht, aber klassischerweise wäre eine Bewegung dieser Art eine Korrektur, die dann, wenn wir dann die Zwischenhochs reißen, ebenfalls für die bullische Seite, also für die longen Seite nochmal sprechen würden. Es sieht also nicht mal so schlecht aus, auch mit dem aktuellen Rücksetzer, muss ich sagen, bin ich nicht so super unzufrieden. Im Gegenteil, wir haben ja in den letzten Videos häufiger mal darüber gesprochen, dass wir das sogar erwarten würden, dass sowas in der Art passiert. Also denkt immer dran, wenn ihr einen starken Anstieg seht, so ein Rücksetzer bis in diesen Bereich, ich mache mal hier das Pendant, als ihr den ersten Anstieg gesehen habt, dieses Wackelige, wenn ihr das mal so ungefähr messt, das ist so ein Orientierungspunkt, wie weit das Ding runter geht. Hier hatten wir den kleinen Ausreißer, es darf ein bisschen unter der Mark, kann auch ein bisschen drüber sein, das wäre aber noch in einem statistisch ganz typischen Bild. Nur wenn es dann noch viel tiefer geht, dann wird es irgendwann nicht mehr attraktiv und dann halte ich mich zum Beispiel lieber raus. So wie wir es hier aber im Moment noch haben, ist das, wie wir es hier vorne haben, quasi das kleine Pendant, dieser Anstieg, den wir hier hatten mit der Wackelei, Fortsetzung, also gar nicht so schlecht das Bild im aktuellen Zeitablauf. Für heute Nachmittag, naja gut, das sieht auch nicht schlecht aus im kleinen Bild, wir können mal gucken, wie es beim Future aussieht. Da hat man hier sogar den Eindruck, guckt euch das mal an, wieder, das ist doch, das ist doch genau wieder das, was wir doch die ganze Zeit sagen, diese starke Bewegung nach oben. Jetzt vielleicht wackele ich ein bisschen runter und dann die Richtung. Das muss nicht so passieren, ich wechsle mal auf den amerikanischen Markt, ihr erinnert euch vielleicht noch an das, was ich gestern gesagt habe. Gestern war nämlich der Markt auch ein wenig, nein, nicht ein wenig, ganz schön steil nach oben gekommen. Ich glaube, das war ziemlich zur Zeit des Videos, als ich das aufgenommen habe. Da habe ich gesagt, wenn er jetzt wackelig runterkommt, dann eben kaufen. Ja, und was hat er gemacht? Pustekuchen, von wegen wackelig runter, hast keine Ahnung. Hier, der Markt nicht wackelig runtergekommen, das weiß ich nicht, ob er das tut. Das hängt ja auch so ein bisschen von der Nachrichtenlage von was weiß ich was ab, was am Nachmittag eben mal auftritt hier. Aber wenn er das tut, haben wir gute Voraussetzungen. Er hat allerdings gar nicht die Chance gegeben für eine Gegenbewegung. Im Gegenteil, der Markt ist ja steil nach unten gekommen, also überhaupt nicht wackelig. Und deshalb ist das gar kein Thema. Und jetzt, das jüngste Bild, was wir jetzt von heute Morgen haben, bis hier in die vorbörsliche Zeit, ist ebenfalls wieder so ein relativ starker Anstieg. Ja, recht zügig hoch, zwischendurch mal A, B, C runter, das mal so für den Hinterkopf. Aber insgesamt sind wir recht steil nach oben gekommen. Und wenn wir jetzt wackelig runterkommen, haben wir die gleiche Situation wieder. Und ich kann euch wieder nicht sagen, ob das passiert. Was ich euch aber sagen kann, wenn es so aussieht, wenn wir so dieses A, B, C Muster hier bekommen, dann haben wir hier den Trigger für die Aufwärtsseite. Das heißt, es entspricht nicht meinen Fähigkeiten, euch vorherzusagen. Ich sage euch, das wird passieren. Das kann ich natürlich nicht. Was ich aber sagen kann, wenn es so aussieht und wenn er dieses Zwischenhoch reißt, haben wir gute Voraussetzungen, dass sich das fortsetzt. So, und ihr seht, ich zoome ein bisschen rein. Ja, Rüdiger, ist das nicht sogar so was? Haben wir nicht hier sogar eine A, B, C? Und wäre damit nicht das sogar ein möglicher Trigger? Ein möglicher Trigger ist es auf jeden Fall. Wir gucken mal das Größenausmaß an dieser Rücksetzerbewegung. Und wir wissen, ich sage das ja immer so 38, 20, 61, 8. Jawohl, das haben wir doch gesehen. Damit wäre das doch ein möglicher Trigger hier für die Aufwärtsseite. Ja, tatsächlich ist durch dieses Größenausmaß mit der 38, 20, die wir ja hier gesehen haben an diesem Tief, haben wir eine Größe mit diesem Rücksetzer erreicht, die typisch ist für, nö, würde schon reichen, wir können also nochmal weitergehen. Und wenn das so ist, dass sogar diese Bewegung sich hier im Anschluss nochmal fortsetzt. Das heißt, wir haben theoretisch eine Trading-Möglichkeit mit Trigger hier ungefähr bei 33, 10. Es ist, guckt es bitte nach, weil ich weiß, dass einige mit unterschiedlichen Kontrakten, das hier der Juni-Kontrakt auf den Future, das ist das 15 Uhr Zwischenhoch hier, das wäre ein möglicher Trigger für die Long-Seite. Wenn dem tatsächlich so ist und wenn es das bullische Bild ist, dann haben wir eine realistische Chance, dass sich nach diesem Rücksetzer hier der Kurs um ungefähr die gleiche Länge wie das, was wir hier vorne haben, nochmal fortsetzt. Das muss nicht punktgenau sein. Bitte jetzt nicht denken, das ist immer ganz exakt gleich, aber es ist eine Orientierungshilfe, wenn ihr sowas habt, dass sich das in etwa nochmal fortsetzt und dann habt ihr im Prinzip eine Gewinnerwartungsseite, die ungefähr diese Größe hat und wenn wir hier triggern, dann sollte er ja die Tiefs nicht mehr reißen, das heißt eine Stop-Seite, die so groß ist. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich kann euch nicht garantieren, ob das so ausgeht. Ich weiß aber, dass selbst eine Trefferquote von 30% hier ausreichen würde, um mich verlustfrei zu lassen, denn das ist die Verlustgröße. Und wenn ich zwei Verluste habe und einen Gewinn, habe ich immer noch zugegeben, diesen minimalen, aber diesen Überschuss, das heißt, den würde ich noch als Gewinner haben, wenn ich nur eine Trefferquote von 30% habe. Das ist zwar ein überschaubarer Gewinn bei drei Trades in dem Fall, nämlich zwei negative, einen positiven, aber immerhin, es wäre nicht negativ und die Trefferquote ist statistisch gesehen höher als 33%. Abgesehen davon, viele von euch wissen das, es gibt eine Spielart, dass man den Stopp dann nicht auf diese Tiefmarke setzt, sondern, dass man ihn auf die 78er setzt und das wäre, ich lasse es mal hier so eingeblendet in dem Beispiel, 32.972 in etwa und schon habt ihr eine Trading-Idee. Die ist quick and dirty. Die ist nicht perfekt, aber auf jeden Fall ein Anhaltspunkt. Kriegen wir denn die Garantie, dass er durchgeht? Nein. Soll ich jetzt vielleicht schon einsteigen, habe ich ja noch ein besseres CRV? Dann arbeitet ihr ohne eine Bestätigung. Denn eins muss man noch dazu sagen, diese Korrektur ist sehr kurz. Normalerweise habe ich ja auch noch diesen Slope-Indikator und ich mag es lieber, wenn dieser Punkt nicht unterhalb der Marke ist, sondern an oder vielleicht sogar rechts. Manch einer erinnert sich, dass ich das häufig so zeichne. Ich möchte gerne, dass es hier ist. Ein bisschen drüber ist okay, ein bisschen drunter ist okay, ein bisschen unter der 61.8 ist okay. Aber wenn ich mir was wünschen darf, hätte ich lieber sogar noch eine Korrektur, die vielleicht entweder noch mehrfach wackelt, dann werden wir hier nicht mal getriggert. Das ist super. Oder, und das ist der Punkt, wo wir vielleicht auch Pech haben, wir kriegen noch mal eine ABC und noch mal eine Abwärtsseite. Und manch einer wird sagen, ha, kenne ich, das ist eine Seitwärtskorrektur. Dreiwellig runter, dreiwellig hoch und dann noch mal Schub runter. Die Hälfte der Korrekturen sind ungefähr so. Dann wären wir hier, blöderweise, wenn wir hier aber reinkommen, wären wir dann vorher noch mal ausgestoppt. Und da seht ihr das Problem, weil viele dann sagen, ja, aber das muss man doch vermeiden können. Nee, das kann man nicht. Das sind typische Verlaufsmuster, die der Chart eben macht. Also ein Marktverhalten. Es geht ja gar nicht um den Chart. Viele denken immer, der Chart sei magisch. Ist er nicht. Kann ich euch versichern. Der Chart ist nur das Abbild der aktiven Marktteilnehmer, wie sie mit der aktuellen Preissituation umgehen. Und so ein Marktverhalten ist eben typisch. Und dann seht ihr, weil das typisch ist, ist das keine Garantie, dass das gut geht. Denn das kann auch passieren. Aber wir erinnern uns, wenn die Hälfte der Korrekturen so aussieht, die andere eben vielleicht schon weiterläuft, dann hätte ich ja einen Verlust-Trade und einen Gewinn-Trade. Wenn ich die verrechne, dann bin ich ja sogar deutlich besser, weil ich habe das hier, was ich abziehen muss. Und das ist sozusagen noch die Differenz als Gewinn. Ihr seht, es wird als Händler nicht argumentiert, Leute, ich weiß, was in Zukunft passiert, sondern es wird als Händler argumentiert, wie gestalte ich meine Trading-Idee so, dass wenn es halt doof läuft, es halt okay ist, nicht so wie ich es mir wünsche, aber okay ist. Und wenn es gut läuft, dass ich sagen kann, siehst du, klappt doch hin und wieder doch ganz gut. So, also das vielleicht mal so als Gedankengang dazu, das Gleiche hier beim S&P 500. Beim S&P 500, und das lässt mich vermuten, deshalb schlage ich euch den jetzt noch nicht als Trade vor, beim S&P 500 haben wir diesen Anstieg ebenfalls, wir sind aber einwellig hier runtergegangen, deshalb lasst den doch noch mal ein bisschen hier runter wackeln, dann hätten wir hier auch eine Korrektur. Ich glaube also, dass der Dow, den ich euch gerade gezeigt habe, mit der ähnlichen Skizze, noch eine Stufe zu früh ist. Also der konkrete Trade, den ich euch vorgeschlagen hatte, ist machbar, ist also jetzt nicht irgendwas, wo man sagen kann, völlig absurd, aber es ist nicht mein Lieblingsszenario, weil der im Moment noch nicht so ist, und ich sage mal, wenn die jetzt ähnlich sind, finde ich das immer schöner, und Nasdaq quasi genauso, also den Anstieg finde ich erstmal ganz okay, aber mein Wunsch wäre, dass wir dieses ABC noch bekommen. Denkt immer dran, wenn ein ABC passiert, es sollte den ursprünglichen dynamischen Anstieg so ungefähr in dem Bereich 38, 20, 50, 61, ach, ich mache es nochmal groß, dann könnt ihr das vielleicht besser erkennen auch, dass er ungefähr in diesen Bereich reinläuft, und, nee, das war der falsche Knopf, und ich will nicht, dass er einfach nur da reinläuft, sondern ich will, dass er es korrektiv, also ABC mäßig, so wie hier, ABC, dann hat er auch gute Chancen, beim Bruch wieder sich fortzusetzen, oder mindestens wackelig, dass man sagen kann, es ist nicht die Hauptrichtung, das ist ein Anstieg, es ist nicht die Hauptrichtung, das war die starke, also setzt es sich nochmal fort in irgendeiner Form. Wer jetzt übrigens sagt, aber hier war es ja auch viel kürzer, ja, das ist aber ja auch nicht die erste Welle, denn der Kurs kam ja von oben, das ist die erste, dann haben wir hier die wackelige, und ungefähr diese Strecke nochmal nach unten, das ist nicht immer exakt, ich habe es auch nicht ganz exakt gezeichnet, aber ungefähr als Orientierungshilfe das Ganze nochmal. Das hier ist allerdings eine erste Bewegungswelle, weil der Kurs kam von oben, und dementsprechend wäre das die erste, wenn jetzt heute so etwas Wackeliges hier folgt, dann haben wir die Chance, dass sich das so nochmal verlängert, beim Bruch der Marke wäre der entsprechende Einstieg. So, ich glaube von der Theorie habe ich euch das jetzt gut mitgegeben, ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt, ich weiß, dass einige sich wünschen, ich will doch nur einen positiven Trade, sag du mir doch, ob ich jetzt long gehen soll oder nicht, ja, würde ich gerne sagen, dann müsste ich aber bei euch auf dem Schoß sitzen, und nach dieser Geschichte dann sagen, jetzt kannst du hier reingehen, Da das aber in diesem Moment, wo ich dieses Video mache, nicht der Fall ist, bringt es nichts, euch jetzt schon eine Marke zu nennen, weil ich diesen Punkt ja nicht kenne, kann ich euch auch den entsprechenden Trade nicht sagen. Ansonsten mache ich das natürlich gerne immer wieder mal im Trade des Tages, ich mache es auch immer wieder gerne im Born for Trading, wenn ihr also Lust darauf habt, dann meldet euch für die entsprechenden Stellen ab, an, ab ist gut, erstmal anmelden, und dann kriegt ihr von mir immer wieder konkrete Trading-Ideen und Vorschläge, wo und wie man da entsprechend reingehen kann, mit den konkreten Marken, dann zu der Zeit, wo es gerade akut ist, und nicht so wie jetzt diese Videos, zu einer relativ fixen Zeit, und dann müssen wir mal gucken, was der Markt aktuell macht. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.